Musik Grüßt euch, ich bin Veronika. Wir sind da in der Kirche St. Ursula in Pelheim. Manchen Fan von Daheim ist Daheim kommt sie wahrscheinlich bekannt vor, weil bei uns die kirchlichen Szenen gedreht werden. Ich bin Oberministrantin und meine Aufgabe ist es, die neuen Minis in ihren Dienst einzuführen und sie zu begleiten. Wir als Minis begleiten die Menschen, indem wir bei besonderen Anlässen wie bei Hochzeiten, Firmungen, Taufen, aber auch bei Beerdigungen bei dem feierlichen Gottesdienst mitwirken. Ich zünde ein Licht für alle Ministrantinnen und Ministranten und allen Menschen, die in irgendeiner Weise andere Menschen begleiten, ein Licht an und hoffe, dass sie dadurch viel Freude und Liebe verbreiten können. Ein Licht an und Weise nach rechts nach rechts auf den Boden